Was das Problem ist, der Zeitstock macht auch uns Probleme. Oh, da hat ein Insektenschwamm gesprochen. Das ist nicht so gut. Oh, und gefiert bin ich auch noch. Das ist auch nicht gut. Ich glaube, ich muss mich mal zurückfallen lassen gleich. Sprecht frei heraus. So, jetzt können wir mal kurz... Ah, ich kann das Spiel jetzt nicht speichern. Scheiße. Ist was los? Braucht ihr etwas? Okay, dann holen wir uns mal ein bisschen Luft. Okay, dann haut mal einen wahren Blick raus. Ah, der Magieleutnant, der tötet alles. Die Bissleutnant und da ist Jagashura, oder? Ja, der ist nur verletzt. Okay, das ist echt ein heftiger Kampf und ich sollte keinen Zeitstock mehr benutzen. Denn das hat nur Probleme gemacht gerade eben. Äh, ja? Ich warte. Ich helfe, wie immer ich kann. Ja? Was kann ich tun? Äh, Kettensauber? Okay, okay. Bei Tageslicht besehen erscheint das Böse oft täuschend belanglos. Ich warte. Ja? Dann machen wir noch ein Archonten-Schild an. Erwischt! Nächstes Mal! Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. So, kann ich jetzt mal kurz ein Quicksafe machen? Ja, kann ich. Gut. Dass ich das nicht ständig wieder machen muss. Auf meiner Klinge. Wo steht euer Name? Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Auf meiner Klinge ist euer Name. Okay, rette mich. Okay. Das ist jetzt nicht so toll. Hm. Keine große Herausforderung. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Das wird sicher Spaß machen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Nächstes Mal. Auf meiner Klinge steht euer Name. Das ist kein Räumen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen warten. Wenn ich der Klinge weiterhiel, die Diener schon erledigt. Ich werde euch erledigen. Nein! Stimmt. Kehrt. Und nähere wie eben. Die Natur. Auf meiner Klinge steht euer Name. Okay. Rück zurück. Erstmal. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ich warte auf eurem Befehl. Eure Stunde wird noch kommen. Alle. Alle. Ja. Verstanden. Okay. Dann brechen wir mal durch. Es hat keinen Sinn dahinten zum Moschen, wenn Jagaschura. Ob mir eine Idee hätte, der erste Teil soll. Eine Klinge wird euch schon zu Recht stürzen. Aber jetzt. Jagaschura kann nicht besiegt werden. Wenn er zerstört sie, reißt ihnen die Herzen aus der Brust. Auf meiner Klinge steht euer Name. Verklangst 3. Und nähere wie ehre. Okay, meine Hust ist abgelaufen, neue hast. Precia, alia, schweb für dich! Schweb für dich in die Ewigkeit von Apple. Ihr habt mich geschwächt. Ihr habt diese Wacken im Köp taste. Ich wusste es. Egal! Ja, das Stuka wird euch dennoch besiegt. Kämpfer-Lieutenant. Ich muss erst die Lieutenant loswerden. Ganz dringend. Oder einfach mal wegrennen. Und hoffe, dass jetzt der Einsprängsel funktioniert. Nö. Ja, nicht gut. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ah. Ja, verstanden. Okay, schön. Die Sinnerin der Natur ist bereit. Wachschuh. 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 Okay, ich bin jetzt gerade voll konzentriert, falls ich es wieder merke. Ist was los? Weil... Weil... Ich warte auf euren Befehl. Ich warte. Ja. Ja. Da bin ich gestorben. Okay, das ist echt hart. Und ich muss mich konzentrieren, was ich mache. Ja. Keine große Herausforderung. Äh... Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Deswegen rufe ich mir gleich mal Unterstützung. Wachschuh. Wachschuh. Ja. Was immer ihr wünscht. Folgt mir. Und du benutzt ein... Mach das mal. Ich warte auf euren Befehl. Ich warte auf. Wachschuh. Ich warte auf. Ich habe den ersten Zeit. Der erste Zeit ist für mover nicht. Wachschuh. Dopp, Dopp, Kreativ. Und neben die Erde. Ich warte auf. Ich warte also mit dem ich das Spannende bin. Ich bin jetzt raus. Ich befrehn mich direkt. Nächstes Mal! Nächstes Mal! Ihr... Ihr habt mich geschwächt! Weil uns Ihr Sprechklasse verfällt! Ja, verstanden! Perdon, nicht wegkrepieren! Ah, das war ja Hira. Ich kann mich nicht ins Einsprängsel zurückziehen. Ich kann mich gar nicht richtig zurückziehen. Keine große Herausforderung. Auf meine Klinge! Ich werde Euch erledigen! Auf meine Klinge steht Euer Name! Ich hätte man gleich auf Euch ansetzen sollen! Aber jetzt... Zeig Gott, ein richtiger Name! Hallo! Greift an, Herrgott! Wenn ich der Gurke weiterhin stiftkehre, die Dienerin der Natur ist beharrt! Auf der Klinge steht Euer Name! Für die... Da ist Minsko overkilled worden! Warum habt Ihr gerade nicht angegriffen, ihr ganzen Idioten? Hm... Keine große Herausforderung! Auf meiner Klinge! Ich zeig Euch einen richtigen Kamm! Komm, ruft Euch zu sich! Auf meiner Klinge! Komm, ruft Euch zu sich! Ich warte! Auf mir! will die Klinge und auf der Klinge hinterlegen! Meine Klinge wird... Er steht auf! Voll! Ich hätte der Erste es halten sollen. Ich hätte man gleich auf dem Ansetzen sollen! Was? Ja, der Schuh! Ich bin bereit. Warum haben sie es immer nur auf einen abgesehen und prügelt den Mause tot? Okay, neue Taktik. Ich ignoriere die beiden Säcke hier. Männer! Männer, zerstört sie! Reißt ihnen die Herzen aus der Brust! Auf meiner Klinge! Ich will sie bleiben sehen! Sie ist heute auf unserer Seite. Ihr, ich verspreche euch an, ihr habt ihn geschwächt. Ihr und diese verflügte Häkse, ich wusste es. Ja, du bist der Kämpfer, Lieutenant. Du musst als erster sterben. Auf meiner Klinge! Äh, ja? Ermischt! Schneller als Chick-Ticker. Schnell, Pratze!